Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim neuen Vanguard Zombies unter die Map bzw. Out of Map könnt. Hierfür müsst ihr ins Theater, wo das schneller Laufen Perk ist. Um ins Theater zu kommen, müsst ihr hier erstmal die Mission aktivieren. Seht am Packer Punch Altar dort. So und wenn ihr das dann gemacht habt, dann öffnet sich hier dieser Raum. Dann kauft euch erstmal das schneller Laufen Perk. Wettert hier auf die Kiste, nehmt Anlauf und springt dorthin, wo ich hinspringe Leute. Dann landet ihr hier oben drauf und von hier aus könnt ihr auch unter die Map gehen. Jedoch weiß ich nicht, ob das im Moment sehr viel Sinn ergibt, weil man hier die Runden levelt, indem man die Objektive abschließt bzw. die Ziele abschließt. Aber man könnte diesen Glitch hier zum Beispiel benutzen, wenn man hier in diesem Raum ein Ziel hat. So ansonsten war es das mit dem Video Leute. Ich hoffe euch hat das kurze Video gefallen. Falls ihr ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.